Der nächste Stop auf unserer Tomaten-Rundreise ist der 18-Jährige. Er lag in sogenannten Traditional Oak Casts und erhielt dann ein Finish in First Fill Oloroso Cherry Buds. Er ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und wurde abgefüllt mit 46 Volumenprozenten. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich kriege allmählich die Krise mit diesen Traditional Fässern. Dieser Begriff ist mittlerweile marketingmäßig auch so ausgeschlachtet, ich glaube es soll sich positiv anhören. Aber wenn man dann so ein paar Erfahrungen gemacht hat, weiß man, dass damit in erster Linie wieder befüllte Fässer gemeint sind, die dann doch eben schon mehrere Runden gedreht haben und einiges an Aromen verloren haben. Irgendwas muss man nach 18 Jahren mit den Fässern machen, also haut man ein Finish drüber. Machen viele Brennereien, ist jetzt auch ganz böse von mir hier gesprochen, aber dieses Traditional, ich kann es fast nicht mehr hören. Das sind in erster Linie werden es Ex-Burbon Burrels sein, weil das die Fassart ist, die am meisten vertreten ist in Schottland. Aber genauso gut sind da Hogsheads dabei oder auch ältere Sherryfässer aus europäischer Eiche. Batz und keine Ahnung was alles. Gut, damit haben wir es jetzt hier zu tun. Um das Ganze aufzupeppen, haben sie dann komplett First Fill Sherryfässer genommen. Ich blende euch keine Farbe ein, da ich es jetzt beim 12er und 8er auch nicht gemacht habe. Beim 8er stand es jetzt nicht direkt dabei, dass er gefärbt ist. Beim 12er stand es groß dabei. Beim 18er steht groß drauf, dass er nicht gefärbt ist. Also das erwarte ich ja bei einer nicht gefärbten Abfüllung von einer Brennerei eigentlich sowieso, dass sie es dann angibt, damit man sich sicher sein kann. Hier machen sie es beim 8er nicht, also ist der 8er für mich gefärbt. Ganz, ganz einfach. Immer von dem ausgehen, was man an Informationen hat. Gut, diese Flasche gehört nicht mehr zu den preisgünstigen, wie eben den 8er und den 12er, den ich vorher hatte. Ich musste mich so ein wenig hinsetzen. Jetzt, Juni 2023, für den 18er muss man zahlen ab 95 Euro. Ist dann schnell bei 99 und auch leicht über 100. Ich kenne den 18er von Tomaten noch, ich sag mal was, vor vier, fünf Jahren 55 bis 60 Euro. Ja, ich weiß, es wird alles teurer, aber ich muss mich daran immer noch gewöhnen. Es tut mir leid. Wie gesagt, ich habe kein Foto der Farbe gemacht. Er ist nicht totgefärbt. Ich nehme ihn mal. Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, was ja auch wirklich beides oder mehrere Sachen können stimmen, denn sie können natürlich fortlaufend ihren Produktionsprozess verändern. Jemand hat geschrieben, dass er vor Ort war und bei einem Tasting wurde gesagt, dass dieser Whisky angeblich drei Jahre mittlerweile in diesen First-Fill-Fässern dann sein Finish bekommt. In einer anderen Quelle habe ich was von zweieinhalb Jahren gelesen. Ja, was jetzt stimmt, vielleicht ist das, wie gesagt, mittlerweile schon längst Geschichte und sie machen jetzt schon wieder was ganz anderes. Wir wissen es nicht. Okay, ich hatte ihn schon mal vor knappen zehn Jahren, würde ich so aus dem Bauch raus sagen, oder acht Jahren, damals noch die alte Verpackung und ich weiß noch nicht mal, ob er da auch schon 46 Volumenprozente hatte oder nur 43. Nun gut, wir geben ihm hier auf jeden Fall eine Chance, denn auch mittlerweile, finde ich, ist ein gut gemachtes Sherry Finish gar nicht so selbstverständlich. Manche gehen da mächtig in die Hose. Oh ja, hier merkt man wirklich das, was die meisten von euch sehr wahrscheinlich unter einem Sherry gelagerten Whisky haben wollen. Man hat sofort Sherry Frucht, man hat Rosinenrote Früchte. Ich gehe noch gleich weiter ins Detail. Ich habe eine schöne europäische Holznote drin. Ja, er lag sehr wahrscheinlich etwas länger drin als nur irgendwie zwei, drei Monate. Geht so leicht ins Ledrige, wenn diese Fruchtnote aufhört. Dann kommt ein säuerlicher Touch. Dazu passen aber im Vergleich, das hatte ich beim Zwölfer auch, so eine säuerliche Fruchtnote wie von Beeren hier mit diesen roten Fruchteindrücken. Passt das aber zusammen, viel, viel besser. Ich muss an Schokolade und gleichzeitig an, also dunkle Schokolade logisch, und gleichzeitig an so minimale Tabakspuren denken. Frischen Tabak. Mit etwas Leder. Ja, jung, frisch, intensiv von der Sherry Frucht, von den Traditional Fässern nichts zu sehen. Jetzt kann man sagen, schade oder zum Glück. Wie gesagt, beim Zwölfer und Achter kam es mir leider Gottes so vor, dass da doch einiges an Fässern drin war, die doch schon zu häufig ihre Runden gedreht haben. Wenn Sie das hier mit dem First Finish übertünchen konnten, in der Nase, hoffe ich, dass das auch im Geschmack klappt. Was die anderen beiden aber hatten, war schöne Kräuter. Oder was heißt schöne Kräuternoten. Gewürznoten habe ich hier vom Holz, sind aber sehr eindimensional und von dieser erst befüllten Eiche recht dominiert. Kirsche bin ich mittlerweile. Wie so ein Mix aus Süßkirschen und Sauerkirschen. Weil es ist dieses, dieser leichte Säure-Touch ist drin. Kräftig gesetzt. Die First-Fill-Aromen gehen vom Sherry-Gen-Richtung oder spielen jetzt im Geschmack als erstes beim ersten Schluck jetzt mehr das Holz aus. Sofort gehabt, nussige Noten, die ich jetzt in der Nase gar nicht so in der Art hatte. Klassiker bei mir, dieser Mix aus Walnussschalen und Haselnüssen, bei dem man diese zweite Haut irgendwie abhält, die dazwischen ist. Und dann setzt mein dunkler Schokoladen meine Assoziation ein. Gerade wenn ich ihn jetzt an die Nase halte, finde ich es schön, dass ich bis zum Gaumen diese Kirsche habe. die dann in die dunkle Schokolade übergeht. Dazu diese Säure. Also denkt nicht daran, dass Säure immer schlecht sein muss. Oder, oh, Peter hat Säure gesagt. Ich selber bin kein großer Freund von riesig schwerer Säure, aber sie spielt oft oder gibt dem Mold oft die Möglichkeit, so ein bisschen aufgelockerter daherzukommen. Nicht so total schwer und manchmal auch erschlagen oder tot. Sondern wenn es gut gemacht ist, ist das ganz angenehm. Diesen Eindruck habe ich hier gerade auch. Gerade im Abgang, wenn das so leicht verfliegt und dann wieder die Sherry-Frucht auch durchkommt. Minimale trockene Ansätze, bevor der Abgang kommt. Und dann wird es eigentlich wieder relativ süffig. Wenn dieser europäische Holzeindruck nicht so stark ist, wie ich es jetzt bei diesen ersten beiden Schlucken hätte, würde ich ja fast von einem süffigen 18-Jährigen reden. Die 46 Volumenprozente, gefallen mir gerade richtig gut. Gute Trinkstärke für den Tomaten. Ich bin ja von 40 vom 8-Jährigen gekommen, über 43 beim 12er und jetzt hier. Das gefällt mir am schönsten. Es ist auch nichts Scharfes, Jugendliches mehr drin, oder Jugendliches, wie ich beim 8er hatte. Beim 12er hatte ich irgendwie auch immer noch so scharfe Eindrücke. Hier wirklich schönes Spiel aus trocken. Dann fließt es da hin und im Abgang hat man dann fast noch wieder ein wenig Speichelfluss. Geht in die süffige Richtung. Für einen Sherry-Finish gut gemacht. Jetzt kommt mein Einwand mit einem Preis, wo ich bei 8er und 12er immer mit dem Preis argumentiert habe. So, ja, muss man vielleicht ein paar Schwächen damit oder durch den Preis, kann man die vielleicht verzeihen. Muss jeder selbst entscheiden. Hier beim 18er geht es in die andere Richtung. Dafür ist irgendwie ein gut gemachtes Sherry-Finish. Aber muss das Ding irgendwie knapp 100 Euro kosten? 95 Euro? Das könnte ich vielleicht auch mit einem 14-Jährigen oder 15-Jährigen hinkriegen und habe 95 Prozent von dem Eindruck. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich denke auch, dass dieses Finish länger in den Fässern stattgefunden hat, weil doch viel Eiche transportiert wurde. In einem positiven Sinne. Also nicht so, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass manche unabhängige Abfüller First-Fill-Sherry-Fässer benutzen, in dem noch so viel allerfrischeste Eichentannine sind, dass die diese Molls für mich oft irgendwie unattraktiv machen. Hier ein schönes Gleichgewicht gefunden. Die Eiche ist frisch und jung und stark, aber sie ist zum Glück nicht extrem. Sie dominiert oder ist ganz klar vorne mit dabei, aber sie hat keine extremen Auswüchse. Wenn jemand einen Sherry-lastigen Whisky sucht, hier kann man gut finden. Wenn jemand mal einen probieren möchte, bestellt euch vielleicht hiervon mal ein Sample. Also hier weiß man oder lernt man ziemlich schnell, was ein starker Sherry-Einfluss ist und das auch noch irgendwo im positiven Sinne aus meiner bescheidenen Blickrichtung, um es so zu betiteln. Er geht ein ganz klein wenig in diese Richtung dieser neuen Abelauer-Abfüllung. 18 Jahre, 0,7 Liter wird in Batches jetzt abgefüllt, die auch einen Finish bekommen hat. Aber hier wird das Ganze, finde ich, sauberer präsentiert. Beim Abelauer haben mich viel mehr Sachen gestört. Preislich könnte er minimal günstiger sein. Aber vielleicht, falls ihr den hattet, ja, geht in die gleiche Richtung. Er gefällt mir etwas besser. Gut. Das war es jetzt mit der Sherry-Geschichte. Ich werde den 14er-Port probieren. Oh, Entschuldigung. Den 14er-Port ist ja auch ein Finish. Und das ist das, was ich eben sagte. Der ist wesentlich, also man könnte vielleicht auf ein paar Jahre verzichten und dann auch ein paar Euro, das Ganze günstiger anbieten. Beim 14er steht es, meine ich, ganz klar. Lasst mich den mal nehmen. Kommt heute nicht mal drin. Ja, sie schreiben das, finde ich, hier auch so doof drauf. Die finale Reifung gab es hier in Torni-Port-Pipes. Und hier schreiben sie das auch so drauf. Und hier beim Text könnte man auch davon ausgehen, dass es sich um ein Wetting handelt. Also hier fände ich es schön, das einfach klarer zu benennen, dass es ein Finish ist. Es steht drauf, ist Haarespalterei bei mir. Nun gut, aber das fällt mir noch ein. Wie gesagt, mit der Port-Abfüllung machen wir weiter. Port ist auch immer so ein Thema. Gibt es so viele Kandidaten da draußen am Markt. Ich bin froh, den 14er mal wieder probieren zu dürfen. Und mal schauen, wie er mich jetzt überzeugt. Ich hatte ihn schon häufiger von total positiv überrascht, bis dann irgendwann mal ein Wetting kam, was mich echt irgendwie runtergezogen hat, wo ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Und jetzt sind schon wieder ein paar Jahre vergangen. Und mal schauen, wie aktuell der Tomaten, 14 Jahre, mich so abholt. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.